hallo und willkommen zurück bei team sonic racing so heute machen wir level 74 wieder ein showdown rennen roulette road gespiegelt wir müssen wieder platz 1 belegen und mit dem gesamteam platz 1 machen und für den schlüssel müssen wir mindestens zehn egg pawns zerstören etwas sagt mir dass es noch nicht vorbei ist let's go und starten am besten gleich mal mit diese leser machen natürlich jetzt schauen bitte sagt dass wir genügend energie haben die fahrer haben gute arbeit gelastet alles funktioniert perfekt wir haben es geschafft der mutter läuft nein 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 wir brauchen mehr na gut hey sonic lass mich raten du willst ein weiteres rennen abhalten was wirst du nicht gerne ganz im gegenteil los geht's na dann ich hoffe wir kriegen so viel wie möglich jetzt weg mit dem laser ich hole auf für einen So, ouch, aah, die Sau. Ach Gott, ich gucke gerade schlecht. Nein, 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 nein. Das brauche ich jetzt nicht. Okay, wir sind dritter. Hey, das verdammte ich mir vor. Ja, alles klar, alles klar. Ich sehe nichts mehr hier. Was macht denn die Watt hier? So, das ist ein bisschen Platz 1. Wirfeln! Letzte Runde! Jo! Jo! Oh, das war unser Kollege auf Platz 8, nochmal. Und warum ist er jetzt wieder vor uns? Ohohohohohoh. Ouch. Wieso bin ich gerade so schlecht, das gibt's ja gar nicht. Jo, danke. Das war ja nix, müssen wir gleich nochmal machen, wir sind nicht erster geworden. Ja, ja. Haben wir jetzt nicht geschafft, müssen wir gleich nochmal machen. Ich werde nicht, nicht bei deinem Fahrstil. Okay, wir sind trotzdem weitergekommen, aber wir machen das Rennen jetzt nochmal ganz schnell. Dann nehmen wir das mal mit. Jetzt können wir mal springen. Ja, ist ja noch früher am Morgen hier jetzt. Ich nehme jetzt gerade auf, was haben wir jetzt? Gleich 10 vor 4. Ja. Eckmensch in der Zeit. Oh. 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 Kein, hier habe ich negen. Oh. Oh, jetzt hab ich mit dem Geist. Jo, danke. Oh, jetzt hab ich mit dem Geist. Oh, jetzt hab ich mit dem Geist. Oh, jetzt hab ich mit dem Geist. Oh Oh Würfel Letzte Runde So Ist doch nicht verkacken Rackäfe 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 Das geht Oh Come on Ich weiß jetzt zwar nicht, ob wir die 10 Eggpawns erledigt haben, aber Hauptsache die 3 Sterne haben wir. Wunderbar, müssen wir nochmal spielen, beenden. Ihr 3 seid fürchterlich, wofür bezahle ich euch überhaupt? Ich werde nicht bezahlt. Nicht bei deinem Fahrstil. Ja, die 10 Eggpawns haben wir nicht gemacht, aber das macht nichts. So, wir haben im Prinzip jetzt nur noch 2 Level, einmal Shoutdown-Rennen hier, Level 7,5 und dann das große Finale oben drüber. Heißt, im Prinzip haben wir jetzt nur noch 2 Folgen und in der nächsten Folge das Shoutdown-Rennen. Bis dahin, ciao, ciao.